So, willkommen zu einer neuen Folge Pokemon Go auf meinem Kanal RamsesderDicke und wir haben heute wieder was ganz besonderes für euch vorbereitet. Ihr seht es ja eigentlich schon am Titel, wir haben wieder ein Gewinnspiel für euch. Warum? Es ist Dienstag und Dienstag gibt es immer ein Gewinnspiel, wenn Gewinnspiele sind, ja. Ich versuche das immer so irgendwie zu takten. Letzte Woche Dienstag war ja der Community Raid mit Dimiteros, der ist da reingekommen, haben wir einen Community Raid gemacht mit Video live vor Ort, alles wunderbar. Diese Woche ist er ja noch da, die sind ja zwei Wochen da, also ist mal wieder Zeit und Platz für ein Gewinnspiel. Gewinnspiele werden, wenn, wie gesagt, dann an einem Dienstag immer veröffentlicht und dann habt ihr eine Woche Zeit, bis zum darauffolgenden Montag mitzumachen und am Montag ist immer 20 Uhr Chill mit Ramses, der Livestream, wo wir zusammen sitzen, Bierchen trinken, auf die YouTube-Landschaft gucken, andere Pokemon Go YouTuber begutachten, auch andere YouTuber begutachten, kleinere Leute. Ist so ein eingeschlossener, Junge, gleich werfen sie die Bombe ab, ist so ein kleiner Kreis, ne, wer da dabei ist, weiß das. Ich versuche nur mal ein bisschen Routine reinzubringen. Montag immer Chill mit Ramses, 20 Uhr. Dienstag immer Spotlightstunde, 18 Uhr. Mittwoch, Raidstunde, 18 Uhr, bei uns heißt das Raidmania. Donnerstag, 18 Uhr, nicht legendäre Raids für Zuschauer, also alles, was nicht legendär ist. Level 6er, Mega-Raids oder auch 1er, 2er, 3er, 4er, 5er, 10er, ne, nicht 5er, auf jeden Fall nicht legendäre. Freitag ist immer Pause, da ist Pupsi-Tag, da könnt ihr ordentlich pupsen. Und Samstag, Sonntag sind ja meistens legendäre Raids für Zuschauer. Haben wir jetzt Samstag und Sonntag mit Demeteros gemacht? Jetzt diesen Samstag ist ja dieser Freundschaftstag, das Freundschaftsevent, da also kein Demeteros, aber Sonntag vielleicht wieder Demeteros. Wir haben jetzt also einen Account für euch, ne, 13.37, was für eine Uhrzeit, Zufall. Wir haben ja einen Account für euch, der hat schon ein Team, ja. Ist aber nicht schlimm, denn der ist Team Gelb. Ich bin Team Gelb, der Account ist auch Team Gelb. Der Account wurde wieder mal gesponsert von unserer Crew. Ich soll nicht explizit immer sagen, wer den gestiftet hat und sonst was. Trotzdem, Grüße gehen raus an die Mods, an Snakesoft und sein Team und die Mods. Snakesoft ist kein Mod bei uns, aber trotzdem, der Name Snakesoft taucht immer mal wieder auf in letzter Zeit. Und ansonsten habt ihr unsere Mods, wo ich da ganz besonders den Marco und den Thomas hervorheben kann. Sieht man ja immer sehr viel. Hauptsache sieht man auch viel in den Streams, aber gerade wenn es um Raids für Zuschauer geht, zum Beispiel ist Thomas und Marco, das ist die Anlaufstelle. Ohne die wäre das auch alles gar nicht möglich. Und ohne diese ganzen korrekten Leute wäre auch das nicht möglich, dass wir euch schon wieder einen Level 40er Account um die Ohren hauen und den rausgeben und verlosen können. Der heißt jetzt hier Ramses Kitchen. Warum heißt der Ramses Kitchen? Ich habe ja ein Format auf meinem Kanal, das heißt Ramses Kitchen. Da teste ich immer Essen, Getränke, sonst was, was ich halt so sehe. Und damals habe ich auf dem Main-Account mal eine Sperre bekommen und war 30 Tage gebannt. Ich konnte 30 Tage lang nicht spielen. Also habe ich mir direkt einen neuen Account gemacht, der hieß Ramses Kitchen. Innerhalb der 30 Tage haben wir den gemeinsam auf Level 40 hochgezogen. Ihr war dabei, ihr habt mitgeguckt, wir haben jeden Tag damit gespielt, wir haben alles zusammen gemacht mit dem Account. Und am Ende, als er Level 40 war, haben wir den verlost, rausgehauen. Das war eine richtig fette Sache. Und ich habe meinen Main-Account wieder gehabt und habe weitergespielt mit dem. In dieser Zeit hat sich der Kollege auch einen Account gemacht, der Ramses Kitchen hieß, aber halt nicht mit I, sondern mit, ist das eigentlich ein kleines L? Vielleicht ist es ein großes I, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat Ramses Kitchen auf einmal eine Freundschaftsanfrage auch von Ramses Kitchen gehabt. Es gab also zwei, so als Gag im Prinzip. Und nachdem der große Ramses Kitchen Account weg war, ist der Kleine hier in der Versenkung verschwunden, wurde jetzt aber wieder reaktiviert, rausgeholt und wurde auch auf Level 40 gezogen. Was der jetzt alles hat, was der jetzt alles kann, wollen wir uns mal angucken. Wir können jetzt zuerst mal hier auf die, haha, wir gehen zuerst mal hier auf 4 Sterne und gucken mal, sind da Hunderter drauf, ist da sonst was drauf? Wir haben ein paar Hunderter. Sieht jetzt nicht so besonders aus. Also ihr habt da ein Flurmel, Stolunior, Hopspros, Habitag, Osterhase, Planas oder wie das heißt da unten und dann hier so. Also erwartet jetzt nicht zu viel bei den 4 Sterne Sachen, ja. Was sonst interessant ist, Legendäre. Was haben wir denn für Legendäre hier? Wir haben ein Kryptozaptos und wir haben ein Kobalium. Okay. Man könnte natürlich jetzt in der Zeit, wo der Demeteros noch da ist, täglich ein Demeteros-Raid noch machen, dass er noch ein paar Demeteros bekommt. Würde ich mich wahrscheinlich jetzt darum kümmern, da ab jetzt täglich einen Demeteros zu machen. Ich habe den Account jetzt schon ein paar Tage bekommen. Ich muss ehrlich sagen, ja, ich habe nicht wirklich reingeguckt, habe nicht wirklich was gemacht. Schande über mein Haupt, ich habe zu viel andere Sachen zu tun, aber jetzt wo ich das ankündige, werde ich gucken, dass ich da 7, 6 oder 7 Demeteros drauf bekomme. So viele Tage wie das sind, jeden Tag den freien Pass eben wegmachen. Ja, ansonsten, keine Ahnung, er ist trotzdem Level 40. Ihr könnt damit also Pokestops einreichen. Ihr könnt eure Pokémon sozusagen maxen. Ihr habt hier noch ein paar Aufgaben drin, die ihr abholen könnt. Da sind noch ein paar Bonbons, sonst was, in und her, Gewinne, Raids. Ihr habt also ein paar Sachen, die ihr selber lösen könnt. Was wir noch nicht angeguckt haben, sind die Shinies. Geht mal auf die Shinies, gucken uns die Shinies an. Da steht hier 65. 65 klingt ganz gut. Für viele ist ein Account sowieso nichts wert. Die sagen, Accounts habe ich selber, Accounts kann ich selber hochziehen. Ich will Shinies. So, da wir aber keine Chinesen im Angebot haben, müssen wir euch schillernde Pokémon andrehen. Und zwar ist hier ein Raupi drauf, ein Habitag. Habitag finde ich sehr cool. Ist auch noch sehr frisch im Spiel, muss man dazu sagen. Raupi, also Shiny Raupi, das heftigste Pokémon. Guckt es euch an. Wir können ja mal so durchgehen einfach, da sehen wir das groß. Ist der Überraschungseffekt auch noch da. Wir haben also ein Shiny Raupi, wir haben einen Shiny Habitag. Wir haben Pikachu, Pikachu, Nidoran. Früher alle gefeiert, sehr selten alle wollten genau dieses Nidoran haben. Mittlerweile kommt das bei diversen Events immer mal häufiger. Voltoball auch, sehr schön, finde ich auf jeden Fall. Vom Osterevent, hier ist noch ein Hova, hier ist ein Schanera, noch ein Schanera, noch ein Schanera. Mit Blumenkranz, Pandimus, darf natürlich nicht fehlen. Sind sogar Pandimösen, sind nämlich mehrere. Sichlor, ja zeig dich doch, los. Sichlor am Start. Haben wir da mehrere? Eins, hmm, lasst ihr das so? Entwickelt ihr das? Ihr wisst, Xerox ist ja eigentlich rot. Wird aber dann grün als Shiny. Sieht auf jeden Fall verdammt gut aus. Endibie, Kanimani, das sind ein paar Seeday-Shinies drauf. Meryl ist am Start, ne, die grüne Maus. Snubbull haben wir hier ein paar drauf. Teddy Ursa, auch sehr schönes Shiny, sehr schönes Pokémon. Freuen sich auch viel über den kleinen grünen Bären. Celebi, die Spezialforschung wurde gelöst, wurde abgeholt. Zick-Zack, das haben wir hier am Start. Als kleines oranges Gebaumbl, so wie Waumpel. Waumpel, eins, so lassen, entwickeln. Ihr wisst, ihr braucht tausend Stück. Vielleicht habt ihr schon Waumpel, euch fehlt genau noch eins für die Familie. Und ihr könnt euch das theoretisch rübertauschen. Und ihr nehmt das als zweite Account, rated damit, wie auch immer. Schwalbini am Start, Azuril am Start, da kommen die Babys. Stolunio am Start, da können da komplett alles durchentwickeln und habt die Familie voll. Plusle, Minun, Minun. Wie oft denn noch Minun? Kanivania. So, ist sogar ein Krypto-Shiny. Oh mein Gott. Ein Krypto-Shiny. Kanivania. Oh, noch ein zweites Krypto-Shiny-Kanivania. Ich könnte es jetzt hier eigentlich entwickeln. Ihr würdet das bestimmt auch entwickeln. Aber ich lasse das so drauf, wie es ist. Das macht ihr. Spoink, kann man hier noch da. Spoink, spoink, spoink. Sengo ist da als Shiny. Wir haben Tane. Als Krypto-Shiny. Wir haben Plinfa, wir haben Haspiror, Charmian, 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 Gliebungel. Auch sehr coole Farbe natürlich beim Gliebungel. Serpi-Foi war ja jetzt der letzte Sea-Day. Serpi-Royal. Skobble. Der kleine süße Hase, auch relativ neues Shiny. Kann man mitnehmen. Dann sind wir, glaube ich, aber durch. Und ihr habt gesehen, der hat also... Ihr könnt hier extra noch mal Krypto auswählen, oder? Krypto, zack. Drei Krypto-Shiny-Pokémon. Der Ramses hat auf seinem Hauptaccount kein einziges Krypto-Shiny-Pokémon. Momentan kann man auch keine bekommen, weil es... Gibt ja keine Rocket-Rüpel momentan. Also, ich finde gerade, wer Shinies sucht und sammelt, für den ist da bestimmt ein Schmankerl dabei. Ja, legendäre. Sieht's halt ein bisschen mau aus. Sag mal so. Wir können aber generell mal gucken, was da das höchste Pokémon ist. Kobalium. Okay. Oh mein Gott. Ja, aber Tauros ist hier noch drauf. Vipides ist hier drauf. Wir können ja generell mal durchnummerieren und mal kurz schauen. First. Als erstes Pokémon wurde also das Shiggy gewählt. Das Starter-Pokémon. 17.03.2020. So, dann haben wir hier, da haben wir noch ein paar Kryptos auch mit dabei. Ganz viele Krypto-Weiß. Schlurp ist am Start. Ihr habt ein Tauros dabei, wem da der Eintrag vielleicht noch fehlt. Ihr habt ein Skara-Born drauf. Ein Korason. Zwei Korasöhne. Äh, Ninkara ist an sich ja eigentlich auch eher ein selteneres Pokémon. Pandir haben wir ein paar. Ne. Doch. Vipides habt ihr hier. Ist jetzt eigentlich nicht mehr so selten als Regionale. Weil die tauchen immer zu ihm Event beide gleichzeitig auf. Also, joa, warum nicht? Und dann haben wir hier Jiu-Testo. Das blaue Barschhoff. Simvulara. Galapavloss ist auch eigentlich eher ein relativ selteneres Pokémon. Genauso wie Milza. Also ich glaube, viele würden den Account sicherlich zum Ausschlachten nutzen. Trotzdem. Sagt ihr mir, was ihr damit vorhätet, wenn ihr den gewinnt. Also, wie macht ihr mit? Das ist das Gewinnspiel-Video. Hier drunter schreibt ihr euren Kommentar. Und achtet bitte darauf, wenn ihr einen Kommentar schreibt, schreibt wirklich nur einen einzigen Kommentar. Wenn ihr einen Kommentar schreibt und noch einen anderen Kommentar schreibt mit was ganz anderem und vielleicht noch einen dritten, weil euch noch irgendwas anderes einfällt, was ihr vielleicht noch sagen wolltet. Das ist kontraproduktiv, denn die Lostrommel, das Programm, filtert doppelte User raus und es wird dann nur ein Kommentar von euch in die Lostrommel geworfen. Wenn das natürlich dann der falsche Kommentar ist, dann habt ihr Pech. Also, ihr habt die Möglichkeit, euren Kommentar ja zu bearbeiten. Also wenn ihr den abgeschickt habt oder euch fällt noch was ein, was ihr noch schreiben wolltet, zusätzlich als Info oder so, bearbeitet lieber euren Kommentar anstatt, dass ihr den jetzt neu schreibt. So fair bin ich das, sage ich euch dazu. Ich hätte natürlich mehr davon, wenn ich mehr Kommentare hätte, doppelt und dreifach, für den Alko-Rhythmus, aber wollen wir mal nicht so sein. Das Video wird jetzt rausgehauen, ich muss gleich los zum Geburtstag, dann läuft die Verlosung, äh, das Gewinnspiel läuft natürlich also bis Montag. Montag, 20 Uhr, Chill mit Ramses Livestream, wie immer. Und 21 Uhr im Chill mit Ramses Livestream ist die Verlosung. Ihr müsst während der Verlosung anwesend sein im Chat, dass wenn ihr gezogen werdet, wir kurz fragen, bist du da? Wenn du da bist, dann melde dich bitte und sag Bescheid. Wir wollen so gegen Fake-Accounts vorgehen oder sonst was. Wir haben das nämlich auch schon. Es wurde jemand gelost. Ich habe gesagt, okay, der hat gewonnen. Der soll sich bei mir melden. Nächsten Tag hatte ich eine Nachricht drauf. Bei Instagram zum Beispiel hat derjenige sich gemeldet, gesagt, ich habe gewonnen. Hier mein Name, sonst was. Und dann hat er mir extra ein Bild gezeigt von einem Google-Konto, was genau so hieß, wie das Ausgeloste. Natürlich war es nicht der echte. Derjenige hat sich einfach das Bild geklaut und den Namen geklaut. Und ja, dann war das weg. Da ging es auch um Google-Guthaben, was wir mal verlost haben. Das hat dann ein anderer bekommen. Als Entschädigung haben wir dem eigentlichen Gewinner das nochmal gegeben. Aber um dagegen vorzugehen, bitte anwesend sein, dass man genau weiß, das seid ihr und das passt so. Und dann gibt es einiges zu beachten. Denn ihr müsst einen Kommentar schreiben unter dieses Video, in dem folgendes enthalten ist. Euer Trainer-Name. Euer Trainer-Level. Damit wir ungefähr so wissen, an wen der Account geht. Ob ihr jetzt schon weit seid oder nicht. Trainer-Name. Trainer-Level. Trainer-Code. Damit man das eindeutig zuordnen kann, wer ihr seid. Ein kleiner Text. Wie euch der Account gefällt oder was euch an dem Account am besten gefällt. Oder beziehungsweise was ihr mit dem Account vorhabt. Ob ihr den jetzt als zweiten Account nutzen wollt. Ob ihr den ausschlachten wollt. Ob ihr, keine Ahnung, Stops damit einreicht. Schreibt bitte nicht blind irgendwelche Sachen und lasst alles weg. Das wirkt so stumpf. Nehmt euch halt die Zeit wirklich und schreibt eine kleine persönliche Nachricht noch mit rein. Was ihr damit vorhabt oder warum ihr den gewinnen wollt. Also Trainer-Name, Trainer-Level, Trainer-Code, Info-Text und wie immer einen passenden Hashtag natürlich. Ähm, der Account heißt ja, eigentlich hätte ich den Hashtag nennen wollen, der der bald weg ist, ne. Weil der Account ist ja bald weg. Kleine Anspielung am Rande. Aber weil der heißt ja Ramses Kitchen und wir haben ja das Ramses Kitchen Format und deswegen fand ich, dass Ramses Kitchen als Name eigentlich relativ gut passen würde. Jetzt weiß ich nicht, ob das ein L ist, ich weiß nicht, ob das ein L ist oder ein großes I. Deswegen würde ich sagen, ich schreibe den Hashtag euch so hier hin. Ihr nennt den dann einfach Ramses Kitchen. Tsch, n. Hm, passt nicht hin, gut. Wieso passt das nicht hin? Ramses, ganz normal geschrieben. Kitchen, fehlt noch ein N, ganz normal geschrieben. Achte drauf, das R an das K groß. Statt dem I ne 1 und statt dem E ne 3. Und halt einfach noch ein N hinten dran, was leider hier nicht hinpasst. Junge, Junge, Junge. Kann man das hier umändern bei den Namen? Wir nehmen mal hier den Matsli und gucken mal, ob wir beim Matsli einen Spitznamen eingeben können, ob das vielleicht dann funktioniert. Ramses. Ey, geht auch nicht. Ramses Kitchen. Ja, ihr wisst auf jeden Fall, wie man es schreibt. Hashtag Ramses Kitchen. Achtet auf die Schreibweise. Achtet auf große und klein. Nein, schreibt euren Trainer-Code mit rein. Schreibt euren Level mit rein. Euren Trainer-Namen. Ne Begründung. Und dann Montag 21 Uhr im Stream ist die Verlosung davon. Und ihr müsst anwesend sein und sagen, ja, hier bin ich. Zack, fertig. Und dann wisst ihr Bescheid. Was hab ich jetzt wieder gemacht? Gut. Leider ist es trotzdem so, dass unter das Video dann 20 Kommentare kommen mit, wann ist die Verlosung? Und jeden Tag in jedem Stream heißt es dann, wann wird der Account verlost? Wenn die Leute schon einen Kommentar schreiben, dann haben die doch bis zum Ende geguckt, dachte ich. Aber selbst am Montag im Stream, wenn der 20 Uhr losgeht, geht es die ganze Zeit. Wann los du aus? Aber egal. Das kennen wir ja schon. Das gucken wir uns dann an. Das war es jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Abbrechen auf X und nochmal X. Deines Geschenk lassen wir zu. Ich versuche jeden Tag, wie gesagt, noch einen Demeteros drauf zu knüppeln. Ansonsten danke natürlich an die Crew, an die Gang. Egal ob man Crew oder Gang sagt, irgendwie gibt es das schon irgendwo. Das Crew nicht was von Monte oder so. An die Mods und an Snake Soft. Fertig. Grüße auch an Pablo. Und Grüße an alle, die gegrüßt werden wollen. Das war es jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses und euer kleines Pikachu von Julchen. Weil Julchen in der Raid Mania ja den Platz 1 gemacht hatte. und gerade neue Punkte laufen. Und deswegen wird immer mal wieder ihr Pikachu hier gezeigt, eingeblendet in diversen Videos. Machen wir es so. Peace.